So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein kleines Video zum Thema Gambling. Und zwar hat mein Kumpel Chigo, alias Angst Potter, kennt ihr mit Sicherheit aus meinen letzten oder aus meinen Counter-Strike-Videos, hat auf CSGO Shuffle gegambelt und zwar gegen den allbekannten Phantom Lord. Alle die Phantom Lords total vergöttern und mögen, sollten jetzt vielleicht abschalten. Wir tun das nicht und deswegen gibt es dieses geile kleine kurze Video. Und zwar hat Chigo mit 1,56% 1,7000 Dollar gewonnen, also 1700 Dollar. Und höchst bietender war Phantom Lord im Topf, 1563, Rest war eben auch low, gleich wie Chigo. Und ja, ist eine beachtliche Summe, aber die ganze Sache ist eigentlich viel weiter gegangen. Und zwar ging es auf die persönliche, ja, nicht mögen von Phantom Lord, dass es einfach so geil geworden ist. Und ja, er hat dann noch 5 Dollar donated in einem Livestream für Phantom Lord, wo er geschrieben hat, thanks Phantom, rip, du Bastard. Und hat das Ganze noch aufgenommen mit dem Handy, die Qualität ist nicht so gut, aber die Reaktion und alles ist einfach worth it. Deswegen schneide ich es rein, zieht es euch rein, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr es feiert. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und GZ Chigo nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.